Alarm, es kommt ein Notruf an, Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert, denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not. Ein paar Raketen. Ach, na gut, wieso nicht? Lad die Zwillinge ein und Sam. Es ist sicherer, bei einem Feuerwerk einen Feuerwehrmann dabei zu haben. Oh, danke, Dad. Du bist der Beste. Die Zeit vergeht heute gar nicht. So ruhig ist es selten bei uns. Das ist doch hervorragend. Bei keinem Bewohner von Pontipendi liegt ein Notfall vor. Wahrscheinlich haben Sie alle unsere Merkblätter mit den Sicherheitstipps gelesen. Wenn das so weitergeht, verlernen wir noch alles. Was? Dann könnte ich zum Zirkus gehen, als Jongleur. Hey, 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 nein. Oh je. Vielleicht doch nicht zum Zirkus. Hey, stellt euch vor. Wir veranstalten eine. Norman Price, weißt du eigentlich, wie lange ich für dieses Kartenhaus gebraucht habe? Da kann ich doch nichts dafür. Lasst uns rausgehen, hm? Ihr veranstaltet eine Feuerwerksparty? Klar würde ich gern kommen, aber ich kann leider nicht. Ich habe Dienst. Aber für ein Feuerwerk solltet ihr vorher meine Sicherheitstipps lesen. Moment. Wenn ihr euch an die Ratschläge haltet, dann wird die Party ein Knaller. Feuerwerkskörper niemals im eigenen Garten abbrennen, sondern nur an feuerwerksgeprüften und ausdrücklich genehmigten Orten. Aber wo sollen denn hier feuerwerksgeprüfte Orte sein? Ich kenne jedenfalls keinen. Ich leider auch nicht. Puh. Ich glaube, Dad muss das gar nicht lesen. Der kennt sich mit Sicherheitsfragen gut genug aus. Reden tut er ja oft genug darüber. Da hast du recht, Mandy. Oh, bitte, bitte, Mom. Mom, bitte, bitte. Ganz brav. Na gut, von mir aus. Hurra. Danke, Mom. Danke. Ich bin eine Rakete. Nicht so wild, Norman. Du erschreckst Tiger. Hey. Jetzt bin ich ein Feuerrad. Wartet. Passt mal auf. Mandy. Oh, entschuldige. Ich habe nur Knallfrosch gespielt. Hallo, Sam. Au. Hallo, Mike. Ich wollte nur mal sehen, ob ihr auch all meine Sicherheitstipps befolgt. Oh, was für Sicherheitstipps? Ich habe sie Mandy mitgegeben. Wieso hast du mir das nicht gegeben? Ich dachte, du brauchst sowas nicht, Dad, weil du dich so gut mit Sicherheit auskennst. Wissen muss man auch mal auffrischen, besonders wenn es um Feuerwerkskörper geht. Die können sehr gefährlich sein, wenn man nicht richtig damit umgeht. Und selbst ich kann mir nicht alles merken, Mandy. Solange die Kinder hinter dieser Absperrung bleiben, dürfte nichts passieren. Hast du gehört, Mandy? Du musst immer auf dieser Seite bleiben. Ja, Dad. Ich bin doch kein Baby. Ähm, ich werfe noch mal einen Blick in deine Werkstatt, Mike. Dort muss auch alles gesichert sein. Hm. Du musst aufpassen, dass die Raketen hier nicht reinfliegen. Dieses Holz könnte leicht Feuer fangen. Tiger! Das ist auch einer von Sams Sicherheitstipps für Feuerwerke. Tiere immer im Haus behalten. Und das ist überaus wichtig. Tiere können sehr schreckhaft auf das Knallen reagieren. Ja, weiß ich. Gib ihm hier ruhig, Mandy. Ich bringe ihn ins Café. Dort ist er sicher. Hallo Tiger! Bist du jetzt bei der Feuerwehr? Wenn er sich schon bei einer Papiertüte so erschreckt, wie wird er dann wohl erst auf das Feuerwerk reagieren? Hauptsache, er ist heute Abend nicht draußen. Keine Sorge, er bleibt hier. Also, Mike Flatt braucht ein paar Holzpfähle für das Feuerwerk, Kinder. Oh, im Keller liegen welche. Ich hole sie schnell. Nein, ich hole sie! Nein, ich! Hallo, Norman. James und Sarah holen gerade ein paar Holzpfähle. Hallo, kleiner Tiger. Ey, bleib stehen! Oh nein! Jetzt ist er weg. Wo hab ich bloß die Streichhölzer? Ohne Streichhölzer kein Feuerwerk. Hey, Mandy! Tiger ist schon wieder weggelaufen. Wir dachten, er wäre vielleicht wieder zu euch gelaufen. Ich hab ihn nicht gesehen. Aber vielleicht versteckt er sich ja wieder in der Werkstatt. Dann lass ihn uns da suchen. Hab'si! Los geht's! Nein, er darf doch nicht anfangen. Halt ihn auf, Mandy! Das geht nicht. Ich darf nicht hinter die Absperrung. So sind die Regeln. Ach, was ist hier wohl wichtiger, Mandy? Tiger oder so ein blödes Stück Bands? Tiger! Dad! 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 Hinter die Absperrung. Und zwar sofort. Oh, aber... Tu, was ich dir sage. Jetzt geh schon! Oh, lauf, Sarah! Nein! Oh nein! Mein Werkzeug! Mein kostbares Werkzeug! Wir müssen Feuerwehrmann Sam verständigen. Ein Brand bei den Flats? Oh nein! Die Feuerwerksparty. Hoppla! Schon wieder! Bei den Flats brennt es. Da ist sicher was mit dem Feuerwerk passiert. Krillington, Sam, ihr nehmt Jupiter und ich halte hier die Stellung. Wo Tiger jetzt vorstecken mag? Oh je! Hoffentlich hat er sich nicht in der Werkstatt versteckt. Jetzt sag doch sowas nicht, Norman! Da kommen sie! Sam! Sam! Tiger hat sich vielleicht in der Werkstatt versteckt. Schon wieder? Ich sehe gleich mal nach. Keine Spur von Tiger. Er war also ganz sicher nicht in der Werkstatt. Ach, das ist gut. So ein Glück. Ach, da bin ich aber froh. Ich will jetzt sofort nach Hause. Vielleicht ist Tiger ja schon zurückgekommen. Ich fahre dich. Aber wir haben doch noch gar nicht alle Raketen gezündet. Also für diesen Abend haben wir genug Raketen gesehen. Allerdings. Nie wieder Feuerwerk im eigenen Garten. Das ist zu gefährlich. So ein großes Feuer haben wir lange nicht mehr gelöscht. So lange, dass ich fast vergessen habe, wie es geht. Was war das denn? Hast du das auch gehört? Hey! Na sowas. Das ist Tiger. Ich bin so froh, dass es ihm gut geht. Du wolltest wohl nur noch mal mit dem Feuerwehrauto mitfahren. Habe ich recht, Tiger? Und stellt euch vor, er saß auf meinem Merkblatt mit den Sicherheitstipps. Und es gibt wohl kaum einen Ort, der sicherer ist. Der ist kein Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam. Dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam. Was immer dich bedroht. Sam hilft dir in der Not.